Wir sind von der Kriminalpolizei und hätten ein paar Fragen an Sie. Wer in einen Mordfall verwickelt ist. Wir haben eine männliche Leiche in Ihrem Wagen gefunden. Sie glauben noch nicht, nee, ne? Was, ihr müsst ihr jetzt von mir hören wollen, deswegen haben wir meinem Mann nichts getan. Für den gibt's nichts Schlimmeres. Sind wir jetzt fertig? Nein. Als diese beiden. Hier, das finde ich erstmal verdächtig. Aber wer auf Spannung steht. Warum lässt du sie gehen? Sie hat ein Alibi. Was glaubst du ihr? Für den gibt's nichts Besseres als diese beiden. Der Tatort aus Leipzig. Sonntag 21.45 und 23.45 in 1 Festival.